im moment dabei sind der patrick hallo und das beste kommt zum schluss die knutsch ist wieder da und ja ich habe einen titel geschrieben heute will ich mich ein bisschen um die technik kümmern das heißt ich will heute eine monster verbauen mit explosionssicherem glas das heißt ich brauche blauen topaz glaube ich aber man muss mal nachschauen habe jetzt auch ein paar tage nicht streamen können weil ich habe eine dicke backe quarz glas explosionssicher verbreitet licht blocks light dark fused quarts das brauche ich da muss ich never quarts und schwarzer farbstoff oder tinten beutel ok das heißt ich brauche tinten beutel dazu branchen ozean bei uns im gewässer so die anderen die haben jetzt ein bisschen weiter gespielt allerdings habe ich darum gebeten dass wenn sie weiter spielen dass sie dann etwas weiter weg spielen damit ihr nichts verpasst hier im stream und so weiter und so fort was sie natürlich auch sehr gerne gemacht haben finde ich auch ganz okay und großes lob an euch alle dass ihr das dann auch wirklich gemacht habt ist nicht so normal ich habe mich in kenne es anders so also wie gesagt heute will ich mich ein bisschen um die technik kümmern sprich ich brauche das hier zertus quarts perfekt also habt ihr in eurem anderen dorf schon ein bisschen zertus quarts rum braucht ihr da noch zertus quarts wer wir ja ich kann nicht mit zertus quarts dort schmeißen weil ich habe im moment relativ wenig warte ich bin was hier machen noch zu machen kommt ich mal eben besuchen und dann wäre sehr aufdringlich ich muss ich muss sowieso erstmal gucken dass ich hier reaktor gebaut bekommen muss nur kann man gucken irgendwie geht es jetzt gerade ein bisschen schneller so und noch mal ganz kurz ich bin bei mir in der hütte hier unten der hat natürlich schon eine rubin rüstung schmeißt mir grad hier um die kurve in die kiste rein als zertus quarts ich kann auch schon geladen und hast du vielleicht schon ein bisschen vorlagen für me für me ja da brauche ich mich nämlich nicht auf die suche begeben bei mir im dorf ist eine ganze hütte da ist noch nichts da ist sogar die wolle noch in der erde drin okay mit was mit wollen hier drin nix da ist noch das sind noch die vorlagen ach so für tinkers ja dann brauche ich jetzt eisen ich nehme ein bisschen koppel mit ja gut eine komplette schmelze habe ich ja hier stehen begreift das einfach nicht mit der schmelze dann machen was ich will stellen mir auch das blöd an muss ich ganz ehrlich sagen so da haben wir behandelt das holz warte mal die kann ich doch duplizieren wenn der jan jetzt streamt ja dann muss er mir mal was streamst du mit kamera jan nein nein ich wollte doch mal meinen minion zeigen kannst du irgendwann mal machen so ach halt ich müsste hier drin eigentlich koks haben genau so koks hier schablonen sind es 3000 ja genau so also koks brennt doppelt so lang wie kohle ähm dann brauche ich jetzt ein sterling motor ich kann dir noch ein sterling generator geben vorhin habe ich doch eine halbe stunde geladen ja jetzt nach zehn minuten komm, äh bin ich drin so sterling generator da brauche ich einen ofen da brauche ich zwei basis zahnräder ja warte ich kann ja einen geben wir brauchen den ja nicht mehr oder soja ja ich hätte aber schon gern einen zweiten der den musst du bauen ich hab noch einen eben so jetzt war das so rum ich hoffs hast du eigentlich schon einen scriber? ne einen was einen scriber ich hab noch gar nichts technisches hier achso da brauche ich noch redstone scriber calculation, logic, engineering, silikon brauche ich zum glück mehr als genug redstone ich hab die äh die schablonen und den sterling generator in die kiste jo dank dir so redstone, eisen, koppel ach, da bin ich ups und das hier und wir haben einen kolben oh, oh, oh äh, ich hab kein glas mehr warum hab ich kein glas mehr? ausgründen ne, keine ahnung ähm nein 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 ich muss aber grad mal zum relais ob der in irgendeinem misquart äh flüssig werden äh quatsch, was mach ich denn? da brauche ich dann noch einen Ofen und dann brauche ich noch 5,20 so, ich hab jetzt 13 Kakaobohnen irgendwie an zusammenhängen äh 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 dann mal noch ein bisschen Zinn äh 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 moin zacko hui da will ich rein danke weil ich will mir hier die Kohle aus dem Gebell kauen weil es ist ja nicht gerade wenig kann ich mir vielleicht noch ein bisschen Stein ähm 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 Koks machen so So, Verklauchstellen, dass da keine Monsters spawnen können. Und weiter geht's. So. Ja, Koks. Die sind durch, die auch. Okay. So, dann brauche ich die Zahnräder, den hier, dann den Ofen und Ziegel. Jetzt wird das Ganze momentan zumindest noch nicht. Einen einzigen Eisenbarn, einen einzigen Dunkelstahl. Nein, leider nicht. Ähm, dann brauche ich jetzt die Legierungsschmelze. Da brauche ich drei Öfen. Ich brauche einen Kondensator, dazu brauche ich Gold, Kupfer und Redstone. Apatit. Da haben wir noch ein bisschen Zertusquarz. Oh, nur fünf Stück Kupfererz. Das muss geschmolzen werden. Die Türen wollen mich wieder trollen. Alter, die haben nichts anderes im Sinn, wie mich zu trollen. Ne? Wir haben Blut und Nether und Änder in der Schmelze. Wir haben doch hier viel Wald. Und die Tür. Ach, warten wir halt, bis der Kupfer geschmolzen ist. Haben wir noch ein bisschen Gold. Jupp. Und dann kann ich mir auch relativ zeitnah sogar schon eine Kapazitäterbank bauen. Wie gesagt, heute will ich ein bisschen gucken, dass ein bisschen was an Technik kommt. Und dann brauche ich jetzt noch ein bisschen Holz, damit ich mir noch zwei, drei Kisten aufstellen kann. Also ich schlage hier Holz ab, wie so ein Weltmeister. Weil wir haben hier ganz viel Leid. Na gut, das sind vier Kisten. Au, 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 au. Müsste reichen. Na perfekt. Hup, scheint nichts mehr drin zu sein. Eine Kiste noch. Eine Doppelkiste besser gesagt. Meine Holzfällerachse ist zum Beispiel auch weg, keine Ahnung wo die hingekommen ist. Ein Kran oder was ist da? Ganz unten kommt ME-Zeug rein. In die Mittlere kommen die ganzen Edelsteine und so weiter. Na komm schon. Na komm, 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 komm. Ach, hier kommt der Vulkan. Dann brauchen wir bestimmt nicht ganz so weit zu laufen. Dann brauchen wir ein bisschen Kupfererz. Kupfer werden wir jetzt am Anfang halt viel brauchen. Ähm, wäre es schlimm wenn es jetzt ein bisschen anfängt zu lecken? Mh, für mich nicht. Gut, weil ich will nämlich eine Mysticraft Dimension, weil ich brauch nämlich Kristall. Mhm. Wie gesagt, für mich wäre das jetzt nicht unbedingt das schlimmste. Juhu. 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 Inva und. Und. Ja. Ich hab aufgerüstet. Ist er auch. Ich hab den Werktor verdoppelt und Enderquery am laufen. Mit Silk Touch und Geschwindigkeit. Okay, ja Enderquery hab ich auch am laufen. Äh, ne hab ich schon gebaut aber noch nicht. Ah, wir haben sogar schon ein bisschen Yellow Red. Mhm. Aluminium, Blei, Blei, Silber, Silber, Eisen. Gold und Eisen kann man glaube ich zusammenschmeißen, ne? Wieso geht das nicht? Ist ja schwul. So. Die ganzen Nerze kommen jetzt auch mal zu mir runter. Altsch. Was muss ich denn machen, damit ich durch so ein Portal reisen kann? Ey, das gibt's doch gar nicht, oder? Ah, durchgehen. Naja, das ist, aber irgendwie macht's das nicht. Okay, merkwürdig. So, jetzt hab ich genug. Weil es ist auf jeden Fall aktiviert. Äh, die werde ich brauchen. Das ist blöd. Okay. Meine normale Query in der Mistbrot Welt hat 29 draconischen Staub bis jetzt schon hochgold. Okay. Das heißt, ich mach gleich nochmal wieder. Aha. Ja. Das hier brauch ich. So, 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 so. Du. Fertig schon. Dann brauch ich jetzt drei Öfen. Ups. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Alter, was ist denn heute mit mir los? Drei. Okay. Machst du da. Ähm, ich fang grad bei mir an. Ähm. Ich meinte Patrick, aber ist okay. Okay. Ich wolle eigentlich hier. Ach. Ähm. Scratchboxen Eisen. So. Wieso geht das nicht? Gibt's doch nicht. Ach. Natürlich. Ich weiß, warum es so spät. Ich muss die zwei Welten jetzt noch mal finden. Ist denn hier mitten in der Erde ein Loch? Ja. Ich glaub, das ist die, ähm. Bei dir ist die Knie kaputt. Hm, hm. Ja, ich war jetzt die letzten zwei, drei Tage ein bisschen out of order. Hast ja bestimmt mitbekommen warum. Hm. Ist halt nicht, ist halt nicht so schön, wenn man denkt, der Kiefer foult einem ab. Ich nehme den Endermann raus und packe das Skelett wieder rein. Naja. Da brauche ich auch wieder einen Kolben. Der ist gerade in der Welt. Jo. Ich muss da mal... Der ist nicht da. Er klotz TV. Nein, 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 nein. Verdammt die Axt, ey. Oh, leck mich am Arsch, gibts hier Clothstone. Ui. Jan, wenn du Diamanten oder Emeralds brauchst, ich hab zwei Mischkraftwelten, wo du dieses ohne Ende fahren kannst. Haha. Vielleicht solltest du das auch mit dem Vorsicht zu genießen erwähnen. Ach du Scheiße. Ja, die Diamanten. Jetzt weiß ich auch, was das ist. Hier unten war die Query am Schaffen. Ach, da ist sogar schon ein bisschen Strom drin. Okay. Das ist die reinste Krater Landschaft. Ja, wenn du bei mir im Keller rumläufst, ist das logisch. Da ist der Koks. Jetzt will ich mal füsten. So, jetzt muss ich mal gucken, ach hier bin ich. So, jetzt müsste ich eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, hier reinpacken können. Aber das Eisen hab ich mir geblieben. Ja. Vielleicht hab ich zwei Queries am Laufen. Ja, ich denk gerade, wieso hier mitten in der Erde so ein Loch. Guck da runter und, also als wäre, würde sich das Tor zur Hölle öffnen. Na ja. So. Das sieht hier so aus. Keine Sorge. Ach, du Scheiße. So, jetzt hoffe ich nur... Da, wo die Windräder sind, bin ich, ne? Ja, würde aber... Es gibt auch euren Teerölfass, ne? Ja. Ähm, wird aber nicht mehr kommen, weil ich ja jetzt hier in der Query hab. Normale Query lass ich nur noch in anderen Wilden. Äh, Teerölfass. So, ne, das ist so besser. Finde ich. Butterfass, Bierfass, Roses, Horizontales. Pflanzenöleimer, Amarantholz. Öleimer. Speiseöl. Ich würde mir nämlich noch, äh, gerne noch ein bisschen Koks herstellen. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob, äh, ob das großartig Sinn macht. Ich glaub, aktuell 15.000 Kohle, wenn du brauchst. Äh, wär ich gleich hier reingekommen, hätte ich gleich gesagt. Oh, ich glaub, ich bin beim René. Weil hier sieht's aus wie bei René. Ja, was denn das für eine Scheiße fliegt jedes Mal aus der Welt raus, wieder. Oh. Gibt's doch nicht. Ja, das sieht ja geil aus. Da aus wie ein Offen. Ich weiß nicht, was du da machst, aber ich komm nicht mehr an mein ME-System. Das ist wie ein Offen. Gibt's doch nicht. Der Server hängt nämlich hoch. Ja, okay, ich bleib draußen. Ach, so eine Kacke, ey. So eine Gellewelle. Ja, so, so kenn ich den René. So kenn ich den René. Ich stehe hier in der Goldkiste, sind Angel-Gold für dich. Hm, okay. Hier, wo ich stehe. Alles klar. Na, ihr? Moin. Moin. Servus. Ja, grüß dich, mein Schatz. Das wird dich auch mal wieder sehen. Ach, schön. Ja, ich hab das Pech gehabt, die IP-Adresse nicht zu haben. Da hab ich mich irgendwann erinnert, dass der Martin es mir mal geschickt hat. Und ich war auch so dumm in Jan's, äh, Ausdruckszeichen Täter zu geben. Bist du aber schuld? Wieder. Ja. Selber schuld. Jan, gib zu, du kennst mich nicht anders. Bestimmt auch wieder. Schlechte Nachricht, ich muss den Sauerkrank. Wart, warum? Weil er selber abschmiert. Oh, nee. Da hat's der Herr Patrick etwas übertrieben. Bei mir läuft's heute in 1A. Bei mir läuft's heute in 1A. Das ist kurz noch abschmieren, dass er war. Okay. Alles auf 100% Ausdruck. Naja. Heißt neu anfangen? Nein. Nee. Nur neu starten. Nur neu starten. Und hoffen, dass der Patrick da rauskommt. Okay. Hey. Was jetzt? Der Server musste neu gestartet werden. Das kann man machen. Wegen dem Portal jetzt, oder was? Ja. Der Server war kurz vorm Abschmieren. Alles auf 100% hohe Auslastung. Das hat bei nem 32 Kern Prozessor. Freifelleistung. Hey, das ist doch leid. Also, nee. Ganz ehrlich. Da hab ich jetzt schon keinen Bock mehr, ne? Oh, nee. Komm. Das kann sein, weil ich 3 Welten gleichzeitig geladen hab. Das hat jetzt deine Welten zusätzlich auch den Lecks gegeben. Oh, nee. Also, wenn wir jetzt demnächst schon wieder neu anfangen wollen, dann hab ich ja aber langsam aber sicher keinen Bock mehr. Nee, nee. Neu anfangen brauchen wir ja nicht. Ja, man kann ja nichts mehr machen. Doch. Die Mischcraft-Welten, die kann man ja auch wieder ausschalten. Das ist doch nicht das Problem. Neues Spiel. Neues Glück. Neue Welt. Nein. Kommt keine neue Welt. Und Kumus, was macht die Ausbildung? Ja, ich darf alles im normalen Bereich. Läuft ganz gut. Heute war der letzte Arbeitstag. Aha. Für dieses Jahr oder nur fürs Wochenende? Für dieses Jahr. Ach so. Ach so. und für die ersten zwei wochen in der nächsten im nächsten jahr bis zum 13 habe ich urlaub 13 januar das sind ja vier wochen fast das schöne ist das ist kein selbstgenommener urlaub das ist betriebsurlaub aha ja geht aber trotzdem von deinem urlaub abnehmen auch betriebsurlaub geht auch von dem normalen urlaub ja okay im normalen fall schon da mal eine andere frage wie lange habt ihr denn wie viele urlaub urlaub tage habt ihr noch schon ich glaube nach dem alter 27 richtet sich nach dem alter nach der zeit wo du in der firma bist ich hatte zum beispiel 30 arbeitstag arbeitstage 30 30 30 arbeitstage da würde ich aber auch anfangen wie hattest du drei welt auf einmal geladen ja toll dann kann ich gleich wieder ein stream ausmachen weil dann kann ich überhaupt nichts hier bauen ich habe gerade ganz ruhig hallo erst mal an den stream also mittlerweile ist es so dass ich im moment gar nicht mehr in reha da würde ich das ambulant machen weißt du wenn es geht wenn es ginge so was ist denn das für ein portal da das gelbe dann kann ich mir jetzt gleich mal die steuerung kann ich mir nicht bauen toll ja du hast ja auch so flügelchen ja 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 deine mutter op rechte ich weiß es nicht ja auf der karte etliche sachen markiert wo man nichts mehr baut kann ich weil ich kann bei mir nichts mehr benutzen ich weiß nicht wo wo sie die markierung gesetzt hat siehst du auf der karte moment ich komme zurück das blaue die hat beide häuser von mir markiert da kommst du bei martin raus ich habe gar nichts gemacht wieso komme ich jetzt bei martin raus weil du das portal zu martin genommen hast du nicht zu rennen okay alles klar das ist sehr gut das ist sehr gut wie komme ich hier raus 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 oh sehr schön so was habe ich jetzt falsch gemacht drück mal e dann siehst du neben deinem männchen so vier fünf zeichen da ist eine karte bei da kann man drauf ja waldness genau ah die habe ich vorhin mal benutzt ja das war ein fehler mach mal bitte die vierecke wieder weg die blauen von dir einfach nochmal links klicken ich habe keine blauen vierecke da drin auf jeden Fall hast du da vierecke gemacht die müsstest du einmal weg machen weil ich kann bei mir nichts mehr benutzen weil du es gesperrt hast links klicken moment ich muss mich erst mal sicher hinstellen mama knopf meinst du ich kann jetzt das portal oder schmier dann wieder der server ab also ich habe 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 also ich habe